Ich bitte Max Kaiser auf die Bühne. Das ist der Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung der österreichischen Nationalbibliothek und er wird uns jetzt etwas berichten über die Kooperation, die die österreichische Nationalbibliothek mit Google eingegangen ist. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist natürlich eine lustige Herausforderung, jetzt nach dem tollen Vortrag von Max Senges über Google Book Fails, über eine Google Books Kooperation zu sprechen. Vielleicht einleitend, Sie finden meine Slides, die ich jetzt vorstelle, im Netz unter dieser Adresse, wo Sie da noch verschiedene Dinge nachlesen können, wenn Sie Lust dazu haben. Warum geht es bei diesem Projekt Austrian Books Online, unserer Kooperation mit Google? Es geht um die Digitalisierung des gesamten historischen Buchbestands der österreichischen Nationalbibliothek, den wir also in den nächsten Jahren digitalisieren werden und online stellen werden. Es ist die größte Public-Private Partnership, die es im Kulturbereich in Österreich bisher gegeben hat. Wir haben das Projekt im Juni 2010 vorgestellt und vorher ziemlich lang mit Google geredet, also insgesamt drei Jahre haben wir Gespräche geführt, bevor wir also dann wirklich diese Kooperation bekannt gegeben haben und die drei Jahre eben wirklich genutzt, um das Projekt auf eine sehr gute Basis zu stellen. Bevor ich jetzt in Medias Resge ein paar Worte über den Bestand und über die Nationalbibliothek. Es ist im Gegensatz zu Google eine relativ alte Institution mit einer Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurück und die Sammlung, die wir in diesem Projekt digitalisieren, gehört zu den wichtigsten historischen Buchsammlungen weltweit. Das lässt sich ganz einfach aus der Geschichte erklären, der österreichischen Nationalbibliothek als ehemaliger Hofbibliothek der Habsburger Monarchie und der Tatsache, dass die sogenannte Pflichtablieferung, also das heißt, die verpflichtende Ablieferung von Büchern an die Nationalbibliothek bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht und dann in den nächsten Jahrhunderten sukzessive ausgeweitet wurde. Das heißt, hat also einen ziemlich großen Strom an Büchern in die Hofbibliothek bedeutet über die Jahrhunderte und erklärt auch, warum wir einen ziemlich großen Bestand an historischen Büchern jetzt nicht nur in deutscher Sprache haben, sondern eben auch in den Sprachen Osteuropas und Südosteuropas. Digitalisierung spielt für uns seit vielen Jahren eine große Rolle in unserer strategischen Entwicklung. Wir haben seit mehreren Jahren ein sehr großes, also relativ großes Zeitungsdigitalisierungsprojekt und ein Projekt zur Digitalisierung von historischen Gesetzestexten, wo sie bislang rund 10 Millionen Seiten online benutzen können. Und das ist auch etwas, was von Benutzern sehr angefragt wird. Also wir haben rund 2.000 Benutzer täglich auf diesem Portal und das ist natürlich wesentlich mehr, als wir in unseren Zeitungslesesälen unterbringen können. Mit Google werden wir in den nächsten Jahren 600.000 Bände digitalisieren. Das sind rund 200 Millionen Seiten. Kann man nicht genau zählen, aber das ist die Schätzung. Und es sind Bestände vom Beginn des 16. Jahrhunderts, also von 1501 bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ausschließlich urheberrechtsfreie Bestände und darum enden wir auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil 140 Jahre zurückgerechnet von jetzt, da können wir mit 99,9% sicher sein, dass der Verfasser des jeweiligen Werkes sicher schon 70 Jahre unter der Erde ist. Ich muss da jetzt nicht viel zu, ja und die Bücher werden, die digitalen Bücher werden einerseits über Google Books zugänglich sein, über das Sie ja schon einiges in den letzten zwei Tagen gehört haben und andererseits, und das ist uns natürlich besonders wichtig, über unsere digitale Bibliothek. Ich muss jetzt nicht viel über Google Books sagen, da haben Sie viel schon aus viel Beruf und am Mund gestern gehört. Es gibt zwei Quellen, die dieses Programm speisen. Einerseits das Partnerprogramm mit den Verlagen und andererseits das Bibliothekenprogramm von Google, in dem Google mit rund 40 Bibliotheken weltweit zusammenarbeitet. 13 Bibliotheken sind es bislang in Europa, darunter fünf Nationalbibliotheken, also neben der österreichischen Nationalbibliothek auch die Nationalbibliotheken von Italien, den Niederlanden, Tschechien und seit Sommer dieses Jahres auch die British Library. Wir sehen unsere Entscheidung, eine Public-Private Partnership einzugehen, auch bestätigt durch einen Report einer Expertengruppe der EU-Kommission, den New Renaissance Report, der im Januar dieses Jahres publiziert wurde und ziemlich viel diskutiert wird. In diesem Report geht es generell um die Bedeutung der Digitalisierung für die Demokratisierung des Zugangs zu Wissen und Kultur. Und es bekennen sich ja eigentlich alle Mitgliedstaaten zur Zugänglichmachung des digitalen Kulturerbes über die gemeinsame Europäische Bibliothek Europeana. Wenn es aber dann darum geht, die groß angelegten Digitalisierungsprojekte zu finanzieren, die einfach notwendig sind, um die Europeana dann auch wirklich in großem Maßstab mit digitalen Inhalten zu füllen, schaut es eben nicht ganz so gut aus auf europäischer Ebene. Und das hat sich jetzt auch durch die Finanzkrise nicht verbessert. Deshalb sieht dieser Report in Public-Private Partnerships eine notwendige Ergänzung, also nicht Ersetzung natürlich, sondern Ergänzung der Finanzierung von Digitalisierung durch die öffentliche Hand, eben durch solche private Public-Private Partnerships. Ja, also das ist der Text, den hätte ich jetzt zitieren können. Also Public-Private Partnerships ist eine notwendige Ergänzung. Allerdings, so der Bericht, sind in solchen Partnerschaften ein paar Grundbedienungen unbedingt einzuhalten. Und das war uns auch sehr wichtig, dass wir uns das auch angeschaut haben. Und wir sehen, dass bestätigt, dass alle Punkte, die in diesem Bericht genannt werden, als unbedingt zu beachten in unserer Partnerschaft auch eingehalten sind. Und diese Empfehlung ist heute Vormittag schon mal erwähnt worden, auch von der EU-Kommission vor rund 14 Tagen, Ende Oktober veröffentlicht. Eine Empfehlung der Kommission an die Mitgliedstaaten zur Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung. Das ist ein Update von einer Empfehlung, die es schon vor ein paar Jahren nochmal gegeben hat. Und in dieser Empfehlung werden Grundpunkte des New Renaissance Report wieder aufgegriffen. Es wird eben abermals empfohlen, dass die Mitgliedstaaten Partnerschaften zwischen Kultureinrichtungen und dem Privatsektor fördern sollen. Wobei also, und das wird eben hier wiederum betont, unbedingt eben zu beachten ist, dass diese Partnerschaften dann auch fair und ausgewogen sein sollen. Und es werden dann in einem Anhang zu dieser Empfehlung einige Grundsätze angeführt, die in solchen Public-Private Partnerships unbedingt zu beachten sind. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz durchgehen und mit unserer Partnerschaft sozusagen mappen. Ganz wichtig, zentraler Punkt, Schutz des geistigen Eigentums. Das ist in unserer Kooperation insofern sehr einfach zu gewährleisten, als wir ausschließlich urheberrechtsfreie, gemeinbreie Werke in diesem Projekt digitalisieren. Sollte ein urheberrechtlich geschütztes Werk hineinrutschen in die Digitalisierung, sind beide Partners verpflichtet, das aus dem Projekt dann wieder rauszunehmen. Nicht-Exklusivität, nicht-Ausschließlichkeit ist ein wichtiger Punkt. Das ist bei uns insofern gewährleistet, dass unser Vertrag nicht exklusiv ist. Das heißt, wir können denselben Bestand, den wir jetzt mit Google digitalisieren, jederzeit auch mit einem anderen Partner oder selbst wieder digitalisieren. Transparenz des Prozesses ist ein wichtiger Punkt. Wir haben das Projekt öffentlich ausgeschrieben, bevor wir den Vertrag eingegangen sind. Google hat sich da auch beworben dafür. Transparenz der Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Punkt. Wir haben zwar nicht den Volltext des Vertrags online gestellt, wir haben aber sämtliche Punkte, die diese Vereinbarung betreffen, in sehr ausführlichen FAQs online gestellt, die auf Deutsch und auf Englisch zugänglich sind und von jedermann nachgelesen werden können. Ja, Europäane, ein ganz wichtiger Punkt, war uns auch in den Gesprächen mit Google sehr wichtig, war aber auch immer außer Streit zwischen beiden Partnern. Also wir werden diese Bestände auch über die Europäaner zugänglich machen, wie wir sie generell für die nicht kommerzielle Nutzung online stellen werden. Und natürlich geben wir die FIS auch an Partner weiter und tun das beispielsweise schon im Rahmen von Forschungsprojekten. Es gibt dann noch ein paar weitere Punkte, die dieser Anhang zu der Empfehlung anführt, zur Bewertung von Public-Private Partnerships. Nur die wichtigsten kostenfreie Zugänglichkeit der Digitalisate für die allgemeine Öffentlichkeit, das ist also auch gewährleistet, es sind beide Partner für alle Zukunft, also auch über die Laufzeit des Vertrags hinaus verpflichtet, den Volltext und die Digitalisate kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Und das grenzübergreifend, also nicht nur, wie das in manchen Partnerschaften zwischen Privatsektor und öffentlichen Institutionen der Fall ist, nicht nur innerhalb Österreichs jetzt beispielsweise in dem Fall, sondern wirklich weltweit. Ja, Qualität der Digitalisate, wir bekommen im Rahmen dieser Kooperation dieselben Digitalisate, die Google im Rahmen ihrer eigenen Projekte verwendet. Also das heißt, die haben dieselbe Qualität wie jene, die Google selbst verwendet. Ja, aber die Nutzungsmöglichkeiten habe ich ja schon gesprochen. Es gibt dann noch weitere Punkte, die uns sehr wichtig waren, als wir diese Kooperation begonnen haben, die jetzt nicht in diesen Empfehlungen angeführt sind. Beispielsweise, dass es also ausschließlich wir sind, die entscheiden, welche Bücher jetzt digitalisiert werden. Also das heißt, die Auswahl der Bücher für die Digitalisierung wird ausschließlich durch den Bibliothekspartner getroffen. Unser Institut für Restaurierung ist in alle Prozesse eng eingebunden und ist überall involviert, also um sicherzustellen, dass da wirklich kein Schaden passiert mit den Büchern. Und wir können natürlich aus der Kooperation jederzeit aussteigen, sollte sie eines Tages nicht mehr unseren Erwartungen entsprechen. Ja, das waren jetzt so ein paar allgemeine Punkte. Ich möchte jetzt ein bisschen konkreter werden, was das Projekt betrifft. Volltext-Digitalisierung ist ein sehr teures Unterfangen. Also man schätzt, dass die Digitalisierung eines einzigen Buches im Volltext zwischen 70 und 100 Euro kostet im Normalfall. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt eigentlich in dieser Kooperation wofür? Das ist relativ einfach zu beantworten. Google übernimmt die Kosten für den Transport der Bücher in das Digitalisierungszentrum, die Versicherung, die erforderlich ist, das eigentliche Scannen natürlich, dann die Bildbearbeitung, die sich an das Scannen anschließt, die Qualitätskontrolle, dann der Digitalisate, die OCR natürlich, die Volltexterkennung und dann schließlich die Zugänglichmachung der Bücher über Google Books. Das ist aber jetzt wirklich nur eine Seite der Medaille, weil auch die Kosten für die Nationalbibliothek signifikant sind in diesem Projekt. Also das werden Sie dann im Folgen auch noch ein bisschen dargestellt bekommen von mir. Wir stellen Google unsere Katalogmetadaten zur Verfügung vollständig. Das ist natürlich etwas, wo, könnte man sagen, jahrhundertelange Arbeit der Bibliothek hineingeflossen ist, diese Metadaten herzustellen. Wir müssen die Auswahl der Bücher treffen. Wir sind für die interne Logistik verantwortlich. Darauf werde ich dann noch ziemlich detailliert eingehen. Für die konservatorische Evaluierung jedes einzelnen Buch. Jedes Buch muss mit einem Barcode versehen werden. Wir müssen bestimmte Anpassungen an unseren Metadaten vornehmen. Das ist sozusagen der Buchlogistik-Teil des Projekts. Aber dann natürlich erzeugt dieses Projekt natürlich eine große Menge an digitalen Daten, die wir downloaden müssen, die wir kontrollieren müssen, die wir dann letztendlich speichern und auch langfristig archivieren müssen. Und dann natürlich auch Zweck des Ganzen, die zugänglich machen über die digitale Bibliothek. Natürlich stehen auch daraus Kosten jetzt für die österreichische Nationalbibliothek. Noch einmal ganz kurz, welche Bücher sind eigentlich Teil des Projekts? Wie bereits gesagt, unser gesamter historischer Buchbestand, also die urheberrechtsfreien Bücher bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, inklusive der 200.000 Bände rund, die sich in unserem historischen Prunksaal befinden, inklusive der historischen Bücher aus der Handschriftensammlung, der historischen Bücher aus der Kartensammlung, der Musiksammlung und der Bibliothek des Theatermuseums, und ein recht interessanter Bestand, 100.000 Bände aus der sogenannten Fidei-Kommiss-Bibliothek. Das war die ehemalige Privatbibliothek der Habsburger, die also auch heute Teil der österreichischen Nationalbibliothek ist. Wir haben unmittelbar nach der Bekanntgabe des Projekts mit einem Vorprojekt begonnen, wo wir die Workflows entwickelt haben, wo wir die Mengengerüste erstellt haben, Personalplanung gemacht haben, die notwendigen Change-Prozesse innerhalb der Bibliothek, die gar nicht so wenige sind, eingeleitet haben und haben dann Ende 2010 mit der operativen Projektphase begonnen, also das heißt mit dem großflächigen Ausheben von Büchern und dann im Frühjahr dieses Jahres mit der eigentlichen Digitalisierung gestartet. Es sind rund 70 Mitarbeiter der Nationalbibliothek in der einen oder anderen Weise mit dem Projekt befasst. Das sind jetzt nicht 70 Vollzeitmitarbeiter, aber 70 Personen, die doch jede Woche mit dem Projekt zu tun haben und mehr als 20 mittlerweile Mitarbeiter sind ausschließlich Vollzeit mit diesem Projekt beschäftigt in unterschiedlichen Bereichen, also im Bereich der Logistik, Metadatenanpassung, im Bereich der Katalogisierung, Konservierung und Restaurierung, ganz wichtiger Punkt, Qualitätskontrolle der Digitalisate, Softwareentwicklung und last but not least im Projektmanagement. Ganz wichtig, es kann bei einem Projekt dieser Dimension keine individuelle Auswahl von Büchern geben, also das wäre aus Kosten und aus Effizienzgründen nicht möglich, das wollten wir auch nie, sondern es wird also wirklich Regal für Regal digitalisiert. Es gibt nur drei Gründe, warum einzelne Bücher aus dem Projekt ausgenommen sind. Das ist das Format, also Bücher, die zu groß sind, also ein gewisses Verhältnis von Dicke und Größe überschreiten, sowie der Bereich hier in diesem Magazin, also alle Bücher, die dieses rote Kärtchen drinnen stecken haben, die werden im Rahmen dieses Projekts nicht digitalisiert. Hier sehen Sie im Prunksaal die Bücher, die da unten stehen geblieben sind, die wurden also nicht digitalisiert, aus Formatgründen. Wofür sind die zu groß? Für die Scanner? Ja, für die Scanner. Für die Scanner. Für die Scanner. Und Bücher, die einen sehr schlechten Erhaltungszustand haben, die werden auch aus dem Projekt ausgenommen. Es wird also wirklich jedes einzelne Buch vor der Digitalisierung evaluiert und es werden auch bestimmte Sicherungsarbeiten an fragilen Büchern vorgenommen. Darauf gehe ich da ein bisschen später noch ganz kurz ein. Und sehr wertvolle Bücher sind auch nicht Teil des Projekts. Die Logistik, wie Sie sich vorstellen können, in einem historischen Bibliotheksbereich ist ziemlich komplex. Es wurde der Prunksaal der Nationalbibliothek vor mehr als 200 Jahren, fast 300 Jahren nicht für ein Massendigitalisierungsprojekt ausgelegt. Wir behelfen uns im unteren Stock des Prunksaals mit einem Lift, mit dem wir die Bücher transportieren. In der Galerie können wir den Lift allerdings nicht verwenden. Also hier muss wirklich mit Leitern ausgehoben werden. Und die Kollegen, die da arbeiten, müssen auch wirklich schwindelfrei sein. Also das geht da wirklich 20 Meter runter. Eine weitere Herausforderung ist, dass die Bücher im Prunksaal, im Normalfall, in zwei Reihen hintereinander stehen, aber eben auch sehr, sehr häufig in drei Reihen hintereinander. Und die haben jetzt auch keine Signaturen draußen stehen aus ästhetischen Gründen. Und es muss also unbedingt gewährleistet werden, dass diese Bücher dann auch in derselben Reihenfolge wieder zurückkommen. Sonst sind sie für alle Zeiten verloren. Es finden sich auch Bücher hinter diesen barocken Verzierungen, die Sie da oben sehen. Und das ist also auch ganz oben in den Regalen auf zehn Meter Höhe. Und da sind auch drei Reihen hintereinander. Auch in den historischen Bücherdepots, also im Gegensatz jetzt zum modernen Depot für Bücher ab 1850, ist also eine wirklich effiziente Ausübung nicht möglich, weil wir hier viele Treppen zu überwinden haben. Also hier müssen die Bücher am Rücken transportiert werden. Also auch das ist eine gewisse logistische Herausforderung. Die Bücher sind dann für die Digitalisierung vorbereitet. Sie befinden sich eben in diesen Bücherwegen hier. Und es werden dann von einem Team von mehreren Mitarbeitern weitere Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Wie beispielsweise muss jeder Band mit einem Barcode versehen werden. Das ist beim historischen Buchbestand bei uns jetzt noch nicht der Fall. Den Barcode brauchen wir einerseits, um das Buch überall im Prozess tracken zu können, aber andererseits natürlich auch, um die Digitalisate dann mit dem Katalogeintrag in unserem Online-Katalog verknüpfen zu können. Ja, Metadaten müssen angepasst werden. Es gibt also jetzt so bestimmte Dinge, wie das beispielsweise, wir würden jetzt aus, kommend aus früheren Retro-Katalogisierungsprojekten, einen Katalogeintrag haben, beispielsweise für Shakespeare gesammelte Werke. Wir müssen aber jetzt ein Katalogisat für jedes einzelne Buch natürlich generieren, weil wir das ja dann mit dem Digitalisat verknüpfen wollen. Also das heißt, es müssen Anpassungsarbeiten vorgenommen werden. Ursprünglich hatten die Mitarbeiterinnen für diesen Schritt vier Minuten pro Buch. Es sind dann im Lauf des halben Jahres, wo wir jetzt also dieses Projekt durchführen, weitere Schritte dazugekommen. Das heißt, es stehen jetzt acht Minuten pro Buch für diesen Schritt zur Verfügung, für diesen einen Arbeitsschritt. Wir sprechen von 600.000 Büchern, macht das also 80.000 Stunden oder 10.256 Arbeitstage oder 48,8 Personenjahre jetzt für diesen einen Schritt in dem Projekt durch dieses Team. Spezialfälle werden dann von einem zweiten Team übernommen. Das sind also jene Bücher, die sich in den acht Minuten nicht bewältigen lassen. Das sind beispielsweise die sogenannten Adligate, wo in früherer Zeit mehrere Werke zu einem Band zusammengebunden waren, wurden. Die müssen wir jetzt natürlich auseinanderdröseln für dieses Projekt. Und da kriegt dann jedes Werk, das sich in diesem Band befindet, einen eigenen Barcode, den Google auch braucht, den wir brauchen. Und natürlich muss dann das wiederum richtig verknüpft werden mit dem Katalogeintrag. Sonst passieren eben so lustige Dinge, wie Max Enges gezeigt hat in seinen Fail-Beispielen. Wir nehmen gewisse Sicherungsarbeiten vor, das Institut für Restaurierung. Wir sichern die Buchrücken, wir kleben lose Seiten ein und machen das aber eben nur im Rahmen dessen, was sich also in relativ kurzer Frist bewältigen lässt. Bücher, die also sich nicht, die also fragil sind und sich nicht in relativ kurzer Zeit restaurieren lassen, die werden aus dem Projekt einfach ausgeschlossen. Die FIDE-Kommiss-Bibliothek, also diese Privatbibliothek der Habsburg, ist ein Spezialfall. Das ist der einzige Teil des Bestandes. Das sind 100.000 Bände, der bislang noch nicht elektronisch katalogisiert ist. Und da müssen jetzt, dieser Bestand muss jetzt als Vorbereitung für dieses Projekt durch ein eigenes Team zuallererst katalogisiert werden. Das ist auch ein sehr guter Side-Effekt, würde ich jetzt mal sagen, von diesem Projekt, weil wir diesen sehr, sehr wichtigen Bestand jetzt dann erstmals auch elektronisch nachweisen können. Dieses Projekt wird fünf Jahre dauern. Ja, die Bücher sind dann, nachdem diese Schritte durchgeführt wurden, bereit für die Digitalisierung, werden dann in festgelegten Abständen zu einem Digitalisierungszentrum in Deutschland gebracht. Der Workflow ist natürlich bis in alle Details mit Google abgestimmt. Es ist auch das österreichische Bundesdenkmalamt in jede einzelne Lieferung involviert, weil es sich ja um eine Lieferung ins Ausland handelt, also einen Export von Kulturgütern ins Ausland. Das heißt, das Bundesdenkmalamt bekommt vor der Lieferung eine Liste mit sämtlichen Büchern und muss also das jedes Mal bescheidsmäßig bestätigen. Die Bücher sind dann durchschnittlich drei Monate nicht benützbar und werden dann wieder zurückgestellt. Also hier sehen Sie eine Bücherlieferung, die gerade retourniert wird und dann die Bücher eben wieder sukzessive eingestellt werden. Das war jetzt, um es zum Ende zu kommen vom Vortrag, der Buchlogistik-Teil. Es gibt dann natürlich noch eine komplexe IT-Komponente in diesem Projekt. Wir bekommen eine große Menge von Daten von Google und das ist ja das Ziel, das wir mit diesem Projekt verfolgen. Google stellt uns die Digitalisator über ein Maschineninterface zur Verfügung. Wir müssen die Daten dann downloaden, wir müssen eine Qualitätskontrolle durchführen, wir müssen die Daten speichern und schließlich den Benutzern zugänglich machen. Dafür haben wir eine Software entwickelt, die uns also bei diesem Workflow unterstützt. Es handelt sich um rund 95.000 Digitalisator, also einzelne Seiten, die wir pro Tag bearbeiten müssen in diesem Workflow. Und das ist natürlich insbesondere für die Qualitätskontrolle eine Herausforderung. Also Sie können sich vorstellen, dass es absolut unmöglich ist, dass jedes einzelne Bild angeschaut wird. Also jetzt im Unterschied zu kleineren Digitalisierungsprojekten. Also das heißt, wir arbeiten hier mit automatisierten Routinen und repräsentativen Stichproben. Es geht darum, EDV unterstützt Cluster von Fehlern herauszufinden und diese Fehlerkandidaten werden dann manuell überprüft. Die meisten Fehler, die Sie in den Google Scans sehen, passieren nicht beim Digitalisieren, sondern in der Nachbearbeitung der Bilder. Und das heißt, man kann diese Fehler im Normalfall auch beheben. Man muss das Buch nicht neu digitalisieren, sondern man muss den Algorithmus anpassen und eben neu drüber laufen. Darum macht es auch Sinn, eine Qualitätskontrolle zu machen. Aber es geht jetzt nicht darum, einen einzelnen rosa Finger zu finden. Das würden wir jetzt vernachlässigen, sondern es geht wirklich um Textverluste, die passieren können. Und die wollen wir auffinden. Ja, Datenspeicherung, da haben wir eine Evaluierung gemacht und uns entschieden, dass wir das Inhouse machen werden. Jetzt beispielsweise im Gegensatz zu unserem Webarchiv, wo wir die Datenspeicherung outgesourced haben. Wir haben JPEG 2000 Files, die unsere Masterfiles sind. Die sind redundant gespeichert, haben dann einen Image-Server, wo die Access-Kopien on the fly generiert werden. Und für die permanente Identifikation, also die Zitierbarkeit der Digitalisierte, werden wir einen URN-Resolver aufsetzen. Ja, die Bücher sind dann ab nächstem Jahr sukzessive über unseren Online-Katalog, über Quick Search heißt das zugänglich. Die Benutzer werden dann zu einem Book Viewer weitergeleitet, wo sie in den Büchern blättern können, wo sie sie herunterladen können. Volldeckssuche bieten wir ab 2013 an. Also das ist jetzt im Zusatz zu dem, dass die Bücher natürlich auch alle in Google Books drinnen sind. Also in Google Books finden Sie jetzt schon die ersten Digitalisierte. Also das ist das, was wir in unserer digitalen Bibliothek machen werden. Wir werden mobile Apps anbieten ab 2013 und eben auch ganz wichtig, die Bücher werden auch über die Europäische Digitalbibliothek Europeana zugänglich sein. Ja, um mit einem Ausblick zu schließen, insbesondere durch die Volltextsuche, die erstmals möglich sein wird über diesen Bestand, erwarten wir uns ganz neue Möglichkeiten für die Benutzer und für die Forschung, weil man eben erstmals nicht mehr nur unter Anführungszeichen nach Autortitel oder Stichwort suchen kann, sondern in den Inhaltsverzeichnissen der Bücher direkt in den Indizes oder eben einfach in den Absätzen im Volltext selbst. Also das heißt, mit Sicherheit auf Bücher stoßen wird, die man andernfalls nicht gefunden hätte. Es sind in dem Projekt auch einige Bücher, die noch nie benutzt wurden von einem Benutzer, also die wir jetzt zuallererst aufschneiden müssen, also die seit 200 Jahren unbenutzt in den Regalen stehen. Und wir erwarten uns schon durch die neuen Suchmöglichkeiten, da einiges Interessantes zu Tage kommen wird. Wir werden in einem zweiten Schritt die Daten auch weiter, also die Volltexte weiter anreichen. Also wir werden ein Projekt beispielsweise machen zur Identifizierung von Personennamen und Ortsnamen in den Volltexten. Das kann man dann mit Linked Data Resources im Web verknüpfen. Und generell gibt es ja wirklich einen Paradigmenwechsel jetzt in den Kulturen und Sozialwissenschaften, dass eben die auch, also Stichwort Digital Humanities, anfangen mit großen Datenbeständen zu arbeiten. Und wir hoffen uns doch, dass wir durch diesen Datenbestand einen wichtigen Beitrag auch zu diesem entstehenden Forschungsparadigma leisten können. Die ersten Bücher aus dem Projekt sind über Google Bücher abrufbar, wie beispielsweise die Rede wieder das Lesen böser Bücher aus der österreichischen Nationalbibliothek. Und weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekt-Website, inklusive der ausführlichen FX-Us. Sie können dem Projekt auch auf Twitter folgen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Martin Körber hat die erste Frage. Ja, eindrucksvoll kann man da nur sagen. Es gibt ein paar Details, die ich gerne nachfragen würde, weil die FAQs ja noch nicht online sind. Doch, doch, die sind online, von Anfang an. Gut, aber ich habe sie jetzt nicht konfrontieren können. Die erste Frage nach der Volltextsuche, da sind ja nun ganz überwiegend Bücher dabei, die man mit einem normalen OCR wahrscheinlich nicht so einfach erschließen kann. Und da würde ich gerne wissen, wie das vor sich geht bei diesen ja doch alten Schriften. Ja, also Sie ist... Darf ich die Frage... Darf ich die Frage... Ja, ja, gerne. Ja, ich sage erst mal, was ich noch alles wissen will. Muss ich mitschreiben, oder? Nein, nein. Es findet also statt, eine Verdreifachung der Bibliothek könnte man sagen. Es ist ja nicht nur eine Verdopplung, weil Sie nicht nur selbst die haben, sondern Google Books auch hat. Und Sie haben uns eben dargestellt, dass Sie eine ganze Reihe von Büchern nicht scannen können aus verschiedenen technischen Gründen. Da wäre meine Frage, wie viele das sind und wie diese dann repräsentiert sind in dieser Verdoppelung oder Verdreifachung der Bibliothek. Denn die will ich natürlich auch weiterhin irgendwie sichtbar haben. Die generelle Sichtweise auf die Bibliothek wird ja in Zukunft sein, aha, diese ganze Bibliothek ist digitalisiert und es ist dann eben doch nicht so. Was macht man da? Gut, also zur ersten Frage. Die erste Frage war die Herausforderungen der OCR bei historischen Texten. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wir sind in dem Bereich auch seit ein paar Jahren in Forschungsprojekten aktiv, also wo es nur darum geht, wie kann man die OCR von Werken in Fraktur verbessern. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass wir da eine hundertprozentige Genauigkeit erreichen werden oder auch nur eine 99-prozentige Genauigkeit. Google hat in den Bereichen in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Also wenn Sie sich anschauen, wie die OCR von Büchern der Bayerischen Staatsbibliothek ausgeschaut hat, als das Projekt begonnen hat im Jahr 2007. Und wenn Sie sich anschauen, wie das jetzt ausschaut, dann werden Sie sehen, dass sich da sehr viel getan hat. Und so viel kann ich auch sagen, im Gegensatz zu anderen Digitalisierungsprojekten, wo also einmal digitalisiert wird und dann wird die OCR gemacht und das ist es dann, wird in diesem Projekt die OCR immer wieder mal iteriert. Also das heißt, wenn der OCR-Algorithmus verbessert wurde, signifikant, dann wird über den ganzen Bestand, den das betrifft, einfach nochmal drüber gefahren und Sie sehen dann ein verbessertes Ergebnis. Also das heißt, das ist etwas, was jetzt nicht feststeht für alle Zeit, sondern wo man erwarten kann, dass mit dem Fortschreiten der Technologie, und es wird da sehr viel geforscht in diesem Bereich, und es wurde ja auch kurz angesprochen, das Open-Source-Projekt, das Google da jetzt hat, und es gibt auch auf europäischer Ebene Projekte. Also das heißt, wenn sich das verbessert in den nächsten zehn Jahren, werden sich auch die Resultate dann, werden die Resultate besser sein. Was für uns natürlich auch wiederum eine Herausforderung ist jetzt beim Datenmanagement, weil wir natürlich dann auch immer wieder mal neue Versionen der Digitalisate nachziehen müssen, neu laden müssen, und das ist Datenmanagement-mäßig gar nicht so trivial. Die zweite Frage war jetzt nach der Repräsentanz der nicht-digitalisierten Bücher im Projekt. Naja, wir werden ja unseren Online-Katalog nach wie vor haben, und wir warten schon, also das ist ein ziemlich guter Sucheinstiegspunkt eigentlich in unserem Bestand, und dort finden Sie natürlich nach wie vor auch die Bücher, die es jetzt unter Anführungszeichen nur physisch gibt. Und da fehlt halt dann der Link zum Digitalisat. Und generell planen wir, dass für jene Bücher, die wir im Rahmen dieses Massendigitalisierungsprojekts nicht digitalisieren können, es entweder eigene Projekte, kleinere Inhouse geben wird, oder, und das bieten wir jetzt schon an, dass diese Bücher dann über Digitalization on Demand bestellt werden können, wenn es denn ein Benutzer gerne digital haben möchte. Natürlich gibt es immer wieder mal Bücher, die gar nicht digitalisiert werden können, weil man sie nicht aufmachen kann, oder weil sie einfach zu fragil sind. Ja, also die österreichische Nationalbibliothek ist ja wahrscheinlich nicht die einzige Bibliothek, in der die Bücher, die hier in dieses Digitalisierungsprojekt fallen, vorhanden sind. Gleichzeitig ist Google ja in knapp 40 Bibliotheken weltweit unterwegs, unter anderem zum Beispiel in der Bayerischen Staatsbibliothek, so dass man vielleicht annehmen kann, dass, ich schätze jetzt einfach mal, vielleicht nur 40 Prozent der Werke noch nicht digitalisiert sind. Wählen Sie da nochmal aus, oder werden die einfach nochmal digitalisiert, obwohl Google eventuell jetzt oder später das in diesen anderen Bibliotheken sowieso schon macht? Ja, also da kann ich zwei Sachen dazu sagen. Erstens ist es gar nicht so trivial, bei historischen Buchbeständen Dubletten zu finden. Es gibt ja im Gegensatz zum modernen Buchbestand jetzt keine ISBN-Nummern beispielsweise und es ist gar nicht gesagt, dass ein Werk der Bayerischen Staatsbibliothek, das denselben Titel hat, selben Jahr erschienen ist, wirklich mit dem identisch ist, das sich in der österreichischen Nationalbibliothek befindet, weil das einfach von der Druckgeschichte, also wenn Sie sich anschauen, wie historisch Buchdruck funktioniert hat, das kann ein anderes Vorsatzblatt haben, das kann gewisse Details haben, die vollkommen anders sind. Das heißt, Sie könnten niemals mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das wirklich Dublette ist. Das heißt, der Aufwand jetzt herauszufinden, ob dieses Buch wirklich mit dem bereits Digitalisierten identisch ist, wäre ungleich höher, als das Buch einfach nochmal zu digitalisieren und unter Umständen eine Dublette zu generieren. Also zwei Antworten, einerseits wir können es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob es wirklich Dublette ist und zweitens der Aufwand für den Dublettencheck wäre einfach zu hoch. Das aber nicht heißt, dass man nicht in Zukunft in gewissen Bereichen doch eine Dublettenüberprüfung machen wird. Google macht das bereits in den USA mit den modernen Buchbeständen. Also da wird das über die ISBN-Nummern oder die OCLC-Nummern gemacht und da kann man das auch mit einer größeren Sicherheit einfach dann sich sicher sein. Nur eine kurze Nachfrage. Sie sagten, Sie suchen keinen rosa Finger. Haben Sie überhaupt noch Ihre Finger drin oder ist es vollautomatisiert, das Scannen? Das müssen Sie die Kollegen von Google fragen. Ich habe noch eine Frage zur Musikbibliothek. Ich nehme mal an, dass die Musikbibliothek einen großen Bestand aller komponierten Musikstücke vor 1850 ungefähr umfasst. Wenn Sie dann das Digitalisieren ins Netz stellen, bekommen Sie nicht dann, gab es da nicht schon, sagen wir mal, Nachfragen des Musikalienhandels oder von Institutionen, die vom Verkauf solcher Noten leben? Ja, da war ich jetzt vielleicht undeutlich, sorry. Also wir werden nur den Buchbestand, also den gedruckten Bestand aus der Musiksammlung digitalisieren, aber nicht den Notendrucker. Aha. Sorry. Anna Bohn. Erfassen Sie auch die sammlungsspezifischen Metadaten, also zum Beispiel auch alle Daten oder Widmungen und alle diese komplizierteren Dinge, also die ein Buch als Unikat vielleicht kennzeichnen? Ja, jetzt nicht für dieses Projekt, aber wenn das natürlich in unserem Katalog vorhanden ist, diese Information, das ist beim historischen Druckschriftenkatalog in vielen Fällen vorhanden, dann ist diese Information da. Aber wir erfassen Sie jetzt nicht neu für dieses Digitalisierungsprojekt. Darf ich noch nachfragen? Also die Provenienzen zum Beispiel, also dass man sozusagen so einen Überblick gewinnen könnte über eine Art Aufbaugeschichte der Bibliothek und so wird das auch dabei erfasst. Das wird bei diesem Projekt, das ich Ihnen kurz dargestellt habe, bei der Katalogisierung der Fidei-Kommis-Bibliothek, die derzeit stattfindet, wird das gemacht. So, jetzt noch maximal drei Fragen. Jens Best hat die erste. Kurz, das sind gemeinfreie Werke und wenn sie dann eingescannt und online gestellt sind, sind sie nicht für kommerzielle Anbieter nicht verwendbar. Den Sprung habe ich nicht ganz verstanden. Das bedeutet ja im Nachgang auch, dass sie zum Beispiel nach wegen der Regelung auf Wikipedia zum Beispiel nicht eingestellt werden könnten. Ist das eine Schutzfunktion? Wird die sich erledigen, wenn es einen neuen Direktor gibt? Gut, diese Frage kommt natürlich immer. Es sind gemeinfreie Werke, aber es handelt sich auch um eine Public-Private Partnership. Und das ist eine Bedienung, die sich Google herausgenommen hat, die einfach vertraglich vereinbart ist mit Google. Google finanziert die Digitalisierung und sozusagen als Gegenleistung ist die kommerzielle Nutzung durch andere Partner der Werke aus diesem Projekt ausgeschlossen. Das ist ein überschaubarer Zeitraum. So, die zweite Frage. Also die Alternative wäre gewesen, die Bücher gar nicht zu digitalisieren und gar nicht zugänglich zu machen und weiterhin so zugänglich zu halten, wie sie jetzt sind, nämlich zu den Öffnungszeiten der Lesesäle für Benutzer vor Ort. Die einzige, die uns zur Wahl gestanden wäre. Gut, ich habe das Gefühl, dass, ach, es gibt doch noch eine Frage zum Projekt. Nur eine ganz kleine. Kommt da noch eine kleine Antwort. Schauen wir mal. Sehr beeindruckend, 600.000 Bände, das ist ja erstmal schon mal sehr, sehr viel. Andere Frage, wie groß ist Ihr Gesamtbestand? Will sagen, welcher Anteil ist eigentlich an Büchern da, die eben noch urheberrechtlich geschützt sind? Und welchen Anteil macht das jetzt eben aus, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was ist drin im Netz und was nicht? Ja, also das macht natürlich, es ist nicht der größte Teil unserer Druckschriftensammlung generell. Also die Nationalpolitik behauptet, neun Millionen Objekte zu haben, von denen aber nicht alle Druckschriften sind. Wir haben eine sehr große Sammlung von Bildern, von Fotografien etc. Aber der Anteil natürlich der urheberrechtlich noch geschützten Werke, der Weisenwerke, der Out-of-Print-Werke ist natürlich bei Weitem größer als der historische Druckschriftenbestand. Aber ich würde mal sagen, den modernen Bestand, den gibt es in vielen anderen Bibliotheken auch. Und der historische Druckschriftenbestand ist wirklich die Besonderheit jetzt, die wir da einbringen können. Wie gesagt, die modernen Bücher finden sich an vielen anderen Stellen auch und können relativ einfach benutzt werden jetzt in den meisten deutschsprachigen Bibliotheken. Gut, ciao.